Hallo und herzlich willkommen, Kiria van de Kampier für dich und es geht weiter mit meiner Vorlesestunde und dem sechsten Teil von Gabriel Barillis Roman Honigmond. Danach fingen wir an auf dem Berg herum zu spazieren. Ich liebe es, wenn man aus dem direkten Sonnenlicht unter die Bäume tritt. Mindestens drei Grad wird es plötzlich kühler und man spürt, wie der Körper leichter aufatmet und zu lauschen beginnt. Die Vögel fliegen umher und Schmetterlinge tun das, was ihre Natur ist. Sie fliegen von Blüte zu Blüte und genießen ihre Existenz. Ungestört an der Grenze zum Märchen konnte man in den Kinderbucherinnerungen versinken, deren dort oben auf dem Berg überfallen. Noch dazu, wenn man plötzlich zwischen den Bäumen eine alte Burgmauer entdeckt, die besorgte Bürger hier vor 200 Jahren aufgebaut hatten, um noch sicherer zu sein. Und das alles nur 100 Meter vom normalen Straßenkampf entfernt, sagte er, und ich war glücklich über das Staunen in seinem Gesicht. Hier treibst du dich also herum, während ich von Ewigkeit zu Ewigkeit fliege. Ja, das tue ich. Jetzt werde ich dir meinen geheimsten Platz zeigen, sagte ich, und führte ihn zu einer dichten Hecke, die angeblich undurchdringlich war. Ich hatte aber schon seit Jahren meine geheimen Wege und wusste, dass es eine Stelle gab in dieser undurchdringlichen Hecke, durch die man sehr wohl mit etwas Druck hindurch konnte. Und so nahm ich ihn an der Hand und brach mit ihm durch auf die andere Seite. Jenseits der dichten Büsche lag eine kleine Lichtung mit völlig verwildertem Gras, in das sich sonst nie jemand setzte, und in dieses Gras legten wir uns, schlossen die Augen und hörten dem Wind zu, der leise und mit melodischen Wellen durch die uralten Baumkronen streifte. Ich lag auf dem Rücken und hatte seinen Kopf auf meinem Bauch liegen, und beide lagen wir da und mussten uns für nichts beeilen. Und für nichts galt es, eine Erklärung abzugeben. Ich hatte meine rechte Hand unter meinem Kopf, mit der anderen streichelte ich ihm hier und da durch sein Haar. Er hatte wunderschönes Haar, weich und fest, und ich streichelte ihn von der Stirn nach hinten zu seinem Nacken, weil es ein Kater gar nicht gern hat, wenn man ihm gegen den Strich ins Fell greift, und er sollte in jedem Augenblick spüren, dass ich das respektierte. Langsam, ganz langsam wanderte die Sonne über den Himmel und verschob die Schatten, die die Bäume über uns auf die Wiese legten. Von ganz weit weg hörte ich das Brummen der Stadt, in der es so viele wichtige Dinge zu erledigen gab, von denen ich mir nicht vorstellen konnte, jemals wieder etwas mit ihnen zu tun zu haben. Wie schreibt man einen Dauerauftrag bei der Bank? Welches Formular verwendet man dafür? Und vor allem, warum? Warum Daueraufträge? Warum nicht einfach nur lachen und lieben, wie zwei Kolibris, die sich an den Glockenblumen selig trinken? 22, 19, 15, 14, 13, 12. Der Zeiger meiner Erinnerungen auf der Lebensuhr lief zurück, zurück bis zu dem Tag, an dem ich zum ersten Mal auf dieser Wiese gelegen hatte. Das Einzige, was ich damals von Daueraufträgen wusste, war, dass ich dauernd auf diesem Stück Welt in der Sonne liegen bleiben wollte, um den Birkensamen zuzusehen, die im Wind trieben und einen Platz zum Neuentwurf eines Baumes suchten. Ich war zwölf Jahre alt und dünn. Mein Gott, ich war so dünn, dass man nur an meinen beiden Zopfen erkennen konnte, dass ich ein Mädchen war. Irgendwann muss es doch losgehen, dachte ich jeden Tag siebenmal und stellte mich immer wieder im Profil vor den Badezimmerspiegel, um meinen Busen zu kontrollieren. Betty hatte schon seit einem Jahr zwei Dinger, die wie Honigmelonenbabys aussahen. Und seit dem Tag, als sich ein Lehrer zweimal beim Wort Rotationsachse versprochen hatte, als er an ihrem Tisch vorbeikam, trug sie überhaupt nur mehr T-Shirts der Marke Much Too Small. Was soll man machen, dachte ich. Was soll man machen? Ob eincremen hilft? In der Werbung für Kosmetik hatte ich gesehen, dass eine Frau mit langsam kreisenden Bewegungen eine weiße Flüssigkeit auf den Busen auftrug und dann von unten nach oben kreisend dieses Zeugs einarbeitete. Auf diese Weise bleibt ihr Busen straff und in Form, versprach die Beschwörungsformel des Produktes und dabei lächelte das 20-jährige Fotomodell, das eine 43-jährige Frau darstellte, so doppelbödig in die Kamera, dass meine Mutter den Kanal wechselte und mein Vater ganz verstört aufblickte wie ein Teddybär im Zoo, dem man beinahe eine Honigwabe durch das Gitter geschoben hätte. Den Namen des Produkts konnte ich mir aber trotzdem merken. Um einen Tag später stand ich in der Parfümerie und investierte den größten Teil meines Vermögens in den Aufbau meiner Zukunft. Ich schleppte die Flaschen und Tuben der Firma, die dieses Wundermittel auf den Markt gebracht hatten, in einer Geheimaktion auf meinen Berg, brach durch die Büsche und setzte mich in die Sonne, um zu lesen, was auf den Beipackzetteln stand. Überhaupt Beipackzettel. Ich liebe sie. Ganz egal ob Hustensaft oder Wimperntusche, der Beipackzettel ist eine Welt für sich. Ich setze mich immer nach dem Einkauf auf den Badewannenrand und lese erst einmal ganz gründlich, was da so steht. Jede Eventualität wird angesprochen. Selbst die Möglichkeit, durch den neuen Haarfärber und Haarfestiger in seltenen allergischen Reaktionen Sommersprossen zu bekommen, wird gestreift, um nur ja den größten Eindruck an Seriosität zu vermitteln. Und jemand, der beim Anpreisen seiner Ware darauf hinweist, dass im Fall der Fälle, falls das Mittel im Süden um Mitternacht und Vollmond genommen werden sollte, dass also in diesem Falle alles schief gehen könnte, der derart darauf hinweist, ist schon sehr seriös. Nun saß ich also da und überflog das Papier, in dem wieder von kreisenden Bewegungen die Rede war und zog mein Hemd aus und quetschte einen halben Liter Creme auf meine Brust. Was machst du denn da? Wieso? Warum? Wer hier? Das kann nicht sein. Ich drehte mich um und sah den Jungen aus meiner Klasse dastehen, der in der zweiten Bank neben mir saß und komischerweise immer meine Schultasche tragen wollte und nicht die von Betty. Vielleicht, weil ich beim Unterricht immer so weite Blusen trug, die der Fantasie mehr Spielraum gaben als diese Vakuumverpackungen von Betty, in denen sich ihr Fallobst präsentierte. Ich, ähm, ich, ich, ich sonne mich hier ein wenig. Ah, so. Ja. Hier oben? Ja, hier oben. Warum fährst du nicht an den See? Ich habe nur eine Stunde Zeit. Aha. Er fragte nicht weiter und setzte sich neben mich. Sonnencreme? fragte er und nahm eine meiner Wunderflaschen. Ja, Sonnencreme, sagte ich und nahm sie ihn wieder weg. Gut, ich habe nämlich nie welche dabei, sagte er und zog sein Hemd aus. Was tust du? Ich sonne mich auch. Aber wie bist du eigentlich hierher gekommen? Du meinst durch die Büsche? Ja, durch die Büsche. Ich bin dir nachgegangen. Kannst du mir den Rücken eincremen, bitte? Ich war sprachlos. Erstens, weil ich zusah, wie ich meine sündteure Geheimwaffe auf seinen Rücken verschmierte, mit langsam kreisenden Bewegungen. Und zweitens war ich sprachlos, dass er mir einfach so direkt eine Liebeserklärung machte. Das war es doch, oder? Ich meine, Betty hat mir noch nie davon erzählt, dass ihr einer der Jungs aus unserer Klasse nachgegangen war. Kunststück. Die blöde Kuh wurde ja auch seit einem halben Jahr von einem fünf Jahre älteren Kerl von der Schule abgeholt. Von einem Angeber, der seit kurzem ein Motorrad besaß und widerlich. Na gut. Wie auch immer. Ich verrieb die Creme in seine Haut und dann sagte er, jetzt bist du dran und nahm mir die Flasche aus der Hand. Ich hob meine Haare in die Höhe und spürte, wie er viel zu viel von der Milch auf meinen Rücken rinnen ließ. Genug, schrie ich. Und dann begann er mich zu massieren, als hätte er sein Leben lang nichts anderes getan. Er begann am Nacken und arbeitete sich zu den Schulterblättern vor. Und während er da oben cremte und massierte, rann ein dünner, kühler Tropfen meinen Rücken hinunter auf meine Hüfte. Bevor er an meinem Rock angekommen war, fing er ihn ab und verteilte ihn auf meiner Haut. Minutenlang rieb er mich ein. Und dann sagte er, da ist noch so viel in meiner Hand. Und mit diesen Worten griff er unter meinen hochgeschobenen Arme, die meine Haare auf meinem Kopf fielten hindurch und legte beide Hände auf meine Brust. Ich zuckte zusammen und atmete tief durch die Nase ein, weil ich gleichzeitig meine Lippen fest aufeinander presste, um nicht aufzuschreien. Seltsam. Das war kein Busen, wo er hingriff, aber das Gefühl, das Gefühl seiner nassen, cremigen Hände auf diesen Stellen war so schön. So schön, dass es fast wehtat. Er fing an, mich noch langsamer zu streicheln und schüttete noch mehr Creme auf meinen Körper und drückte und knetete meine Brust so intensiv, dass ich mir ganz sicher sein kann, dass der Busen, den ich jetzt habe, an diesem Tag Geburtstag hatte. So, Beine nicht vergessen, sagte er und zog meinen Rock hoch bis zur Hüfte. Eigentlich hätte ich aufspringen und fortlaufen müssen, aber mir war schon alles egal und da war seine Hand schon auf meinen Knien und streichelte höher und höher meine Oberschenkel und die Innenseite meiner Beine und höher und höher. Und dabei stieß er immer wieder ganz zufällig an mein Höschen. Mein hellblaues Baumwollhöschen. Das ich so gern hatte, weil ich rosa nicht ausstehen kann. Dieses idiotische Rosa, das mir meine Tante immer schenkte und das... Nun gut, aber das ist eine andere Geschichte. Ich lag halb zurückgelehnt auf seinem Bauch. Die Hände hatte ich immer noch wie festgebunden auf meinen Kopf und sah ihm zu, wie er von hinten um mich herumgriff und mir öfter und öfter an mein Höschen stieß und ich dachte, das darf ich nicht mögen. Das geht zu weit. Danke, das genügt, sagte ich und richtete mich auf. Gut, dann gehe ich jetzt, sagte er und sprang in die Höhe und beim Aufspringen stieß er an meine Schulter und ich konnte ganz genau spüren, dass er in seiner Hose steinhart geworden war. Ich blieb sitzen und sagte, also dann bis morgen und sah auf den Punkt, der 15 Zentimeter unter seinem Gürtel lag und jeden Moment zu platzen schien. Ja, ja, bis morgen, sagte er. Und dann ging er rückwärts gehend weg und unsere Augen brannten sich ineinander fest, bis die Büsche sich wieder hinter ihm geschlossen hatten. Ich war so verwirrt von dieser Erscheinung, die nur eine halbe Stunde gedauert hatte, dass ich noch minutenlang auf den Punkt starrte, an dem er verschwunden war. Mir nachgegangen. Ha, er ist mir nachgegangen, dachte ich und zog meinen Rock aus, um mich darauf zu legen. Ich sah ihn mir herunter und glaubte, die erste leichte Erhebung auf meiner Brust zu sehen. Diese Creme musste wirklich ein Zauberding sein. Ich verteilte die Reste der Flüssigkeit, die noch auf meinen Beinen klebte und schob meinen blauen Slip zur Seite. Wie oft er da wohl angekommen war, dachte ich und streichelte zart meine weichen Haare, die von dem Stoff zusammengedrückt waren. Wie oft wohl, dachte ich und lehnte mich zurück und fuhr mit dem Finger in mich hinein und ließ ihn dort drinnen und bewegte ihn nur ganz vorsichtig hin und her und hin und her, hin und her und hin und her und 19, 20, 21. Eine kleine Wolke trieb über mein Gesicht und verwandelte die Erinnerung in die Wärme der Gegenwart. Wir lagen immer noch auf der Wiese und er hatte seinen Kopf immer noch auf meinem Bauch liegen und schien zu schlafen. Die Erinnerung an diesen Tag lag um mich herum wie ein Schal aus dunkelgelber Seide und ganz vorsichtig zog ich mit meiner Hand den Stoff von meinem Kleid ein wenig höher, um zwischen meine Beine zu greifen. Ich bewegte mich ganz langsam, um ihn nicht zu wecken und war froh, dass ich an diesem Morgen kein Höschen angezogen hatte. Ich legte meine Hand auf meine Haare wie damals und zog mein rechtes Bein ganz langsam zur Seite, sodass die Sonne direkt auf meine weichen Lippen strahlen konnte. Ich fuhr mit den Fingern dazwischen und öffnete sie ganz vorsichtig, sodass die Sonnenstrahlen mich küssen konnten. Die Wärme stieg zwischen meinen Beinen hoch und wanderte breit und langsam von meinem Becken zu meinem Hals. Ein leichter Wind wehte durch meine Haare und dann steckte ich meine Finger wie damals ganz tief in mich hinein. Warm und feucht war ich und ich zog mich ein wenig um meinen Finger zusammen und ließ wieder los, zog mich zusammen und ließ wieder los und sah ihn vor mir, wie er sich in der Nacht über mich gebeugt hatte. Ich sah die Reflexe der Straßenbeleuchtung, die die Konturen seiner Muskeln nachgezeichnet hatten. Die breiten Muskeln auf seiner Brust, die ein bisschen feucht schimmerten von seinem Schweiß, der über seinem ganzen Körper lag, wie der Geruch von heißem Pfeffer. Er bewegte seinen Kopf und ich hörte auf. Ich atmete ganz flach und wartete ab, ob er wieder einschlafen würde. Eine Zeit lang war es atemlos ruhig. Nur das Geräusch des Windes, der durch das Gras neben meinem Kopf streifte, war zu hören. Als ich wieder zu atmen begann, bewegte er langsam seinen Kopf auf meinem Nabel. Stück für Stück zog er mein Kleid in die Höhe. Stück für Stück rutschte der Stoff über meine Hüften, meinen Po, bis ich ganz nackt war. Er drückte seinen Mund auf meinen Nabel und fuhr mit seiner Zunge hinein, und dann blieb er still liegen und atmete nur ganz langsam in meine Haut. Nach einer Ewigkeit schob er seinen Kopf zwischen meine Beine und legte seine Zunge oben auf die Spitze zwischen meinen Lippen und bewegte sie so vorsichtig hin und her wie ein warmer Windhauch, der den Samen von einem Löwenzahn pflückt. Nur mit der äußersten Spitze seiner Zunge kreiste er um den Punkt, an dem sich meine Lippen trafen, und dann legte er seine Hand darauf und dehnte mich auseinander. Ich breitete beide Arme zur Seite und hielt mich an dem Gras fest, das rund um uns wuchs, und zwang mich liegen zu bleiben und mich nicht zu bewegen und nicht einmal zu stöhnen. Je starrer ich liegen blieb, umso mehr glaubte ich, verrückt zu werden. Die Stromstöße, die er mit seiner Zunge in mich hineinküsste, wurden immer länger und stärker, und seine Hände hielten meine Oberschenkel und meinen Hintern fest, der langsam anfing, auf- und niederzuzucken. Jetzt war es nicht mehr nur die Zungenspitze, mit der er mich zum Wahnsinn trieb. Jetzt war es sein ganzer Mund und seine ganze Zunge, mit der er mich aufraß. Auffressen, das ist das Wort. Er küßte und saugte mich mit so einer Gier am Boden fest, und ich presste die Lippen genauso zusammen wie damals vor vielen Jahren, in denen ich für das, was jetzt mit mir geschah, viel zu jung gewesen war. Ich wollte noch nicht kommen. Ich hörte fast zu Atmen auf und zwang meinen Körper, sich nicht zu bewegen, sodass die Erregung umso stärker in mir hin und her rollte und einen Ausweg suchte. Ein Ausweg, der ein Schrei gewesen wäre, oder ein Schütteln, oder... Aber ich wollte nicht. Ich wollte es so lange zurückhalten, bis ich den Verstand verliere. Jetzt fing es an, und ich spürte, dass ich es diesmal nicht mehr bremsen konnte. Er machte mich mit seiner Zunge so nass, seine Lippen waren so weich und so tief in mir, dass ich es nicht mehr bremsen konnte. In dem Moment hörte er auf. Er wusste genau, was mein Körper erlebte und hörte in dem Moment auf, in dem es keinen anderen Ausweg mehr gab, als zu kommen. Ich wollte schreien und konnte es nicht. Ich schwebte wie ein Ballon in der Höhe, und kein Windhauch trieb mich vor und zurück. Beim geringsten Zeichen, dass ich sinken würde, könnte die Flamme wieder fauchen und mich in die Höhe treiben. Ich spürte, wie der Höhepunkt in jeder Zelle bebte und raus wollte. Raus, 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 raus! In dem Moment, in dem ich anfangen wollte zu schreien, steckte er seine Zunge so tief und fest in mich hinein und zog sie gleich wieder heraus und umkreiste mich damit, steckte sie wieder hinein, dass ich mich nicht mehr halten konnte und es kommen ließ. Ich bäumte mich auf, presste seinen Kopf mit aller Kraft zwischen meine Beine, und so hielt ich uns fest, 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 bis ich langsam wieder zusammensank und mit weit geöffneten Beinen liegen blieb. Ich atmete tief ein und roch, wie süß die Luft war. Ich spürte, wie sein Herz genauso schnell schlug wie meines und streichelte seinen Rücken. Er hatte sein Gesicht wieder auf meinen Bauch gelegt und dann spürte ich, wie er lächelte. Seine Wangen spannten sich im Lächeln und dann küsste er meinen Bauch und meine Brust und meinen Hals und meinen Mund. Hallo, sagte er und sah mir in die Augen. Hallo, liegen Sie auch hier auf dieser Wiese? Nein, wie kommen Sie darauf? Ach so, verzeihen Sie, ich hatte nur das Gefühl. Was für ein Gefühl hatten Sie? Ach, ich hatte das Gefühl, dass ich Sie liebe. So, das haben Sie. Ja, Sie werden lachen. Ich habe dasselbe Gefühl. Obwohl Sie gar nicht hier liegen? Eins zu null. Danke. Bitte. Ich nahm seinen Kopf und zog ihn zu mir herunter. Ich küsste ihn und biss ihn zart auf seine Lippen. Ich werde dich jetzt auffressen, sagte ich. Das wäre vielleicht nicht so klug, weil es mich dann nicht mehr gäbe. Die Männer und ihre Logik. Würde sich die Welt noch drehen ohne diese Logik? Ich denke schon und es wäre eigentlich spannend zu sehen, in welche Richtung. Andererseits, ich glaube immer weniger an diese Aufteilungen im Denken und Handeln. Wirklich. Obwohl Sie jetzt nachgewiesen haben, dass es fundamentale Unterschiede zwischen den Gehirnhälften gibt, die die Geschlechter noch stärker unterscheiden als jede Äußerlichkeit. Die linke und die rechte Hälfte sind bei den Männern nicht so sehr miteinander verkabelt wie bei uns, heißt es. Und daher sind wir sprachlich begabter und intuitiver und können Zusammenhänge schneller erfassen als die Männer. Klingt verdammt gut, aber warum lassen wir sie dann immer noch so viel Blödsinn mit der Welt anstellen? Wenn wir so viel intuitiver sind und ja schon beim Fallen eines Blattes erfüllen können, wo es landen wird. Ich muss die armen Kerle wirklich in Schutz nehmen vor der Meute, die ununterbrochen heult, wir seien die besseren Menschen, weil wir ja das Leben bringen und erhalten würden, würden sie es ja nur ununterbrochen zerstören. Gehe ich zu weit? Ist es der falsche Moment, über diese Fragen nachzudenken? Wer weiß. Noch dazu, wo wir ja noch in der Überzahl sind auf diesem Planeten. Nicht? Da könnten wir doch einiges bewegen, denke ich, mit unseren vernetzten Hälften. Wie war das doch mit diesen Frauen im alten Griechenland, die einfach nicht mehr mit ihren Männern ins Bett gegangen sind, solange der Krieg tobte? Oh, wie schnell haben die dann die Waffen beiseite gelegt, um endlich einmal wieder bumsen zu dürfen, anstatt dem Gegner den Kopf zu spalten. Warum tun wir das nicht auch heute? Warum verweigern wir nicht den Sex, solange noch ein einziger roter Sportwagen mit 200 Sachen über die Autobahn braust oder solange noch irgendwo ein neuer Golfplatz geplant wird, dem ein ganzer Wald weichen soll? All das zerstört doch in großem Maßstab unsere Welt. Und sie tun es doch nur, um uns zu imponieren. Mit Geld und schnellen Autos erfüllen sie heutzutage das Angeberpotenzial, mit dem sie früher fremde Länder überfallen haben. Nein, könnten wir doch rufen. Das zerstört unseren Planeten und die Zukunft unserer Kinder. Das können wir nicht dulden und das imponiert uns auch überhaupt nicht. Und darum sagen wir dieser Dummheit den Kampf an und lassen euch so lange nicht mehr unter die Decke, bis ihr alle Fahrradfahrer geworden seid und nur noch Sport treibt in zurückgebauten Flussläufen. Das wäre doch was, nicht? Da hätten wir was geleistet. Und warum geschieht das nicht? Weil immer noch zu viele von uns auf den roten Sportwagen abfahren. Und die einzige Intuition, die uns überkommt, ist die, dass er wirklich ein toller Hecht sein muss, wenn er sich so ein Ding leisten kann. Dass 80 Prozent von den Schlitten auf unseren Straßen auf Firmenleasing dahin gleiten, steht auf einem anderen Blatt. Aber wen interessiert das schon im Kampf der Geschlechter, in denen es nur um eins geht? Schneller, höher, weiter, besser. Lineare Logik führt diese armen Männer zu ihren Zielen und wahrscheinlich wird wie immer im Leben nicht die Vernunft, sondern nur der Gesamtkollaps unseres Gemeinwesens diese Ziele verändern. Spielst du Golf? Nein. Fährst du offene rote Sportwagen? Ich denke, diese Angeberei in der Summe dazu führt, das Leben auf diesem Planeten eines Tages zu zerstören. Daher benutze ich ausschließlich mein von Blutroden Segeln betriebenes Segelschiff. Er war tatsächlich nicht von dieser Welt. Ich hatte es vergessen. Was für ein Tag, sagte ich, um von meinen Verwirrungen abzulenken und stand auf. Bis bald!